Wir haben ja gerade gesehen, dass die Grenzkontrollen zu den Nachbarländern schrittweise aufgehoben werden, jetzt teilweise sogar schon am Wochenende. Gleichzeitig haben Sie aber heute nochmal die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ja bekräftigt. Die soll bis Mitte Juni andauern. Was heißt das denn jetzt konkret für die Bürger? Dass das erstmal zwei unterschiedliche Dinge sind. Die weltweite Reisewarnung ist eine, die sich vor allen Dingen für touristische und nicht notwendige Reisen, die wir dafür aufgestellt haben. Und da ist es nach wie vor so, dass aufgrund des Zusammenbrechens des internationalen Flugverkehrs es ja überhaupt nicht möglich ist, irgendwo hinzukommen. Und selbst wenn man irgendwo hinkommt, ist es relativ schwierig, wieder zurückzukommen, weil es auch Durchreiseverbote gibt. Es gibt Einreiseverbote, Ausgangssperren. Daran hat sich grundsätzlich noch nichts geändert. Aber wir sind bei der Pandemiebekämpfung ein gutes Stück vorangekommen. Nicht nur wir, auch viele andere Staaten. Und wir haben immer gesagt, dass die Grenzkontrollen, die eingeführt worden sind in Europa, vorübergehende sein sollen. Sie sollen verhindern, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Und deshalb ist es jetzt an der Zeit, nachdem wir dort positive Entwicklungen haben, in den meisten Ländern Europas, Schritt für Schritt diese Grenzkontrollen wieder zurückzuführen. Denn da glaube ich, und das ergab sich ja aus dem Bericht, dass was die meisten Bürgerinnen und Bürger an Europa schätzen, ist, dass es eine Europa ohne Grenzen geworden ist. Und das wollen wir wiederherstellen, Stück für Stück, aber immer auch sehr verantwortlich mit Blick auf die Pandemieentwicklung. Ich bleibe aber noch mal bei den nicht notwendigen touristischen Reisen, die Sie ja gerade angesprochen haben. Wenn jetzt Stück für Stück die Grenzen in Europa wieder offen werden, was ist denn mit dem Wochenendausflug nach Luxemburg, nach Dänemark? Dürfen die Menschen das jetzt tun oder nicht? Das hängt von den Bestimmungen ab, die es in den einzelnen Ländern gibt. In Frankreich gibt es nach wie vor... Aber Deutschland sagt ja, Sie dürfen nicht ausreisen. Das ist ja ein Widerspruch, Herr Maas. Naja, es geht ja erst mal darum, dass Menschen nicht mehr kontrolliert werden an der Grenze. Und dass diese Kontrollen für alle abgeschafft werden, dass alle Grenzübergänge wieder geöffnet werden. Es waren ja bisher nur einige geöffnet, wo sich das dann auch sehr gestaut hat. Und es sollen nur noch stichprobenmäßig Proben gemacht werden. Und deshalb ist das voneinander zu trennen. Pendler, Berufsverkehr, die dürfen das ohnehin schon. Genau, die dürfen das ja jetzt schon. Aber ich bleibe beim Wochenendausflug. Entschuldigung, dass ich da so insistiere. Ich glaube, das interessiert viele Zuschauer. Der Wochenendausflug, die Grenzen sind jetzt wieder offen. Es soll teilweise gar keine Kontrollen mehr geben. Aber gleichzeitig sagt das Auswärtige Amt, Reisewarnung bis 14. Juni. Wenn es touristisch ist, ist es nicht notwendig. Und fahren Sie nicht. Was muss ich jetzt machen? Genau, die Grenzen zu Frankreich werden ja nicht geöffnet, sondern sie werden kontrolliert. In Frankreich gibt es nach wie vor Bewegungseinschränkungen. Das heißt, es wird nicht so einfach möglich sein, grundlos nach Frankreich zu fahren. Auch wenn nicht mehr so viel kontrolliert wird. Und wir sind im Moment mit allen europäischen Staaten in einem Dialog. Wir wollen eigentlich natürlich, dass diese internationale Reisewarnung irgendwann aufgehoben werden kann. Am besten, dass wir nach dem 15.06. keine mehr brauchen. Und wir müssen dafür aber mit allen anderen Staaten in Europa sprechen. Wie sind deren Einreisebestimmungen? Und wenn wir am Schluss keine Reisewarnung mehr haben, sondern lediglich noch Reisehinweise. Es gibt ja auch Länder, die wollen keinen Tourismus. Oder die bieten nur den Tourismus für Einheimische an. Es gibt andere, die setzen darauf, weil sie wirtschaftlich abhängig sind, dass es Tourismus gibt. Die wollen auch wieder ausländische Touristen haben, aber möglicherweise nicht in dem Umfang, wie man das gewöhnt ist. Das versuchen wir abzustimmen, dass nach dem 15. Juni es auch für alle klar ist, wo man hinfahren kann, wo es gegebenenfalls nicht erwünscht wird oder wo es auch nicht zu empfehlen wäre. Und diese Abstimmung, die Sie jetzt gerade beschreiben in Europa, die hängt ja auch ganz wesentlich damit zusammen, wie das Infektionsgeschehen in den einzelnen Ländern ist. In diesem Zusammenhang hat sich heute der Virologe Alexander Kekulé in seinem Podcast auch nochmal geäußert zur Entscheidung der Grenzöffnung und er hat sie kritisiert. Hören wir mal rein. Mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell bzw. zu unkoordiniert. Ich wäre dafür, dass man nur Grenzen aufmacht, wo auf beiden Seiten der Grenzen erstens ungefähr gleich viele Fälle auftreten, das heißt also der Infektionsdruck ähnlich ist und zweitens auch die Kontrollmechanismen ähnlich sind. Das heißt sowohl die Überwachung der Erkrankungen als auch die Nachverfolgungsmöglichkeiten durch die Gesundheitsämter. Genau diese Nachverfolgungsmöglichkeiten sind ja sehr wichtig, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu haben. Ich nehme an, auch in diesem Zusammenhang haben Sie vor vorschnellen Grenzöffnungen gewarnt. Ist das denn jetzt, was wir jetzt machen, zu schnell Ihrer Meinung nach? Ne, also wir öffnen die Grenze, also wir schaffen die Grenzkontrollen ab in einem Land von Freitag auf Samstag. Das ist Luxemburg. Ansonsten gehen Sie erstmal überall weiter. Dänemark soll auch geschehen. Ja, das soll auch geschehen, aber das wird verhandelt. Man kann nach meiner Auffassung nicht davon sprechen, dass das zu schnell ist. Und im Übrigen gibt es eine andere Frage, die so ein bisschen unter den Tisch fällt, aber die vielleicht noch viel erheblicher ist. Selbst wenn Grenzen geöffnet werden, es gibt in vielen Ländern Quarantänebestimmungen. Das heißt, wenn man dort einreist, selbst über offene Grenzen, muss man sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Wir sind im Übrigen zusammen mit Frankreich der Auffassung, dass wir innerhalb der Europäischen Union diese Quarantänebestimmungen aufheben sollen gegenüber den Ländern, bei denen die Entwicklung der Pandemie eine positive ist. Das ist auch ein Thema, das wir mit anderen europäischen Ländern besprechen, wo wir nach Richtwerten suchen, wie man das feststellen kann, um dafür zu sorgen, dass es nicht nur offene Grenzen gibt, sondern dass, wenn man diese offenen Grenzen überschreitet, nicht erstmal in Quarantäne gehen muss. Denn ansonsten nützt auch die offene Grenze nicht. Also es gibt ein ganzes Paket von Fragen, die hier entschieden werden müssen. Die Grenzöffnung oder die Zurückführung der Grenzkontrollen ist nur der erste Schritt. Alle anderen Schritte werden wir mit unseren europäischen Partnern besprechen und wir werden das immer davon abhängig machen, wie ist die Pandemieentwicklung in dem jeweiligen Land, mit dem wir sprechen. Sie haben gerade davon gesprochen, dass Deutschland und Frankreich sich für eine Abschaffung dieser Quarantäneregeln einsetzen wollen. Dann wäre es ja umso wichtiger, die Nachverfolgung zu organisieren. Stichwort Corona-App. Da gab es ja auch mal eine EU-weite Planung. Und in diesem Zusammenhang haben Sie auch gesagt, diese App ist sehr wichtig, denn wir leisten damit einen Beitrag, Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen in der EU schnell und dauerhaft wieder abzubauen. Warum ist von dieser App im Moment keine Rede mehr auf EU-Ebene? Naja, nur weil keine Rede davon ist, heißt ja nicht, dass nicht an ihr gearbeitet wird. Diese App wird kommen. Es gibt auch einzelne Länder, Länder, die sehr vom Tourismus abhängig sind, die das nutzen wollen, dass etwa die App genutzt wird, um damit auch zu ermöglichen, Touristenströme nachzuverfolgen. Also diese App wird auch, was den Sommerurlaub angeht, eine wichtige Rolle spielen. Nicht nur bei uns, sondern in Europa insgesamt. Und daran wird hart gearbeitet, dass sie auch zu dem Zeitpunkt dann zur Verfügung stehen wird. Und das gehört zu den ganzen EU-Koordinationsbemühungen, die Sie gerade unternehmen. Vielen Dank, Herr Maas, für diese Einschätzung heute Abend. Danke. Gerne.